Herr Steyer, teilen Sie uns doch bitte mit, was an besagtem Montag geschehen ist. An besagtem Montag wollte ich einen Verdächtigen in einem Mordfolgen fragen. Drogenmilieu. Herr Steyer, waren Sie am Morgen des 15. betonten? Offensichtlich hatten Sie sechs Wodka und eine Flasche Rotwein. Mit anderen Worten, als am nächsten Morgen die kleine Marie Smetek erschossen wurde, da waren Sie volltrunken, Herr Steyer. Du hast gekündigt? Aber bist du noch ganz dicht? Im Fall Nico Sauer wird der Angeklagte des Totschlags für nicht schuldig befunden. Das ist eine Villa in Need. Die hat unseren Immobilientypen. Der hat jede Menge Kohle in einem Safe und einem Schraftsamm. Und ich hab den Alarmkohle. Was am Ende ist der司ary, den wir in der Zeit bestellen. Der bei Schlag. 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 Man. Hallo? Das war's für euch, Freunde. Das ist schwere Nötigung. Freiheitsberaubung. Ich hab nichts zu verlieren. Was haben Sie mit uns vorgenommen? Den Mord an dem kleinen Mädchen, den machen Sie nicht dadurch wieder gut, dass Sie Nico ins Gefängnis bringen. Das hat damit nichts zu tun. Es gibt Regeln. Regeln? Scheiß auf Regeln. Was? Fünf Sekunden, um dich zu entscheiden. Ein Leben für ein Leben. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Fünf, vier, zwei, eins. Vielen Dank.